und hier geht es nur da lang aber ein bisschen denken diese ganzen aktion jetzt springen wir da runter durchgang zum versunkenen ja da ist es guckt es euch an da ist die schlange leute jetzt wird es ernst jetzt wird es einmal ernst springen wir jetzt einmal herunter und töten die ja schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zum let's play von sekiro mit mir und ich hatte heute vor die schlange zu töten die große dafür muss ich den typ da vorne töten also ja doch ich muss den töten weißt du nicht wie oder was genau poppenspieler sollt lässt er den doch steigen laut meine information die ich erhalten habe der hat er richtig bock was lässt er das ding da hoch ist es schön ist ein guter sklave jetzt ist das ding da oben jetzt müssen wir da auch normal hoch hochgehen oder auch jetzt einfach mal oder ist er noch so ein knecht um die kammer reden hallo hallo das ist nicht bei anderen was ok er sagt er nichts mehr nicht war die das mal nochmal lang laufen weil auf die habe ich kein bock um die ganzen du ziehe mönche und was weiß ich alles die sind alle besorgen und so dann nutzlos jetzt hat mich irgendeiner gesehen von den knechten ach ja jaja blablabla bla 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 oh ein schwerer Geldbeutel lassen die treize ach das dauert ja noch das dauert ja noch bis ich da oben bin eieieieiei mach mal langsam mein freund die musik hier die sind alle nutzlos und interessant die leute hier hallo ich habe leider keine zeit für sie es tut mir leid reden ich weiß nicht wo lang ja okay das weiß wer da oben auf den baum muss ich war den dicken baum muss ich doch noch da auch gehen das ist doch kein problem reicht es von der reich war ja klar läuft bei mir würde ich sagen knallsamen wo geht es hier jetzt weiter muss ja irgendwo weiter gehen da unten alter das war ja knapp ich habe gehört hier gibt es zeug zu verpassen war ich hier schon hier war ich schon hier ist ein dicker wald ich sehe sie nicht die schlange ich sehe sie nicht wie soll die irgendwo sein und momentan anscheinend muss ich da lang also hier runter ist so ein feind okay verstehe ich verstehe ich erst mal beten so eine neue figur ne ja nice erst mal heilen und bla 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 und hier geht es nur da lang aber ein bisschen denken diese ganzen aktion hier jetzt springen wir da runter durchkrank zum versunkenen taille ja da ist es guckt es euch an da ist die schlange leute jetzt wird es ernst jetzt wird es einmal ernst springen wir jetzt einmal herunter und töten die ja jetzt geht es doch los leute jetzt geht es doch los leute töten wuuu alter das spitze ich das gute blieb auch alter unge frische schlange eingeweide es gab wieder ein achievement ja das kakiförmige herz einer großen schlange diese große schlange gilt als gott des landes und das herz soll das organ sein in dem der geist wohnt die form ähnelt einer kagifrucht das sind die eingeweide eines gottes achso man kann getrost annehmen dass der verzerr göttliche eingeweide gesundheitsschädigend ist 1 ach das ist die andere seite von dem tal ja verstehe hier kommt mir normal gar nicht hin oder hier ist ein mibu ballon der seele kalt hier ja leute damit haben wir die schlange gekillt ei 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 ich fühle mich fast ein bisschen schlecht und rum ha so oft wir hier bief mir daten in der statu bla ach das passt gar nicht und ein tropfen drachenblut oh nice sonst kommt mir gar nicht weg oder was hallo können wir da runter springen wenn ich tot kann da vorne runter springen dann bin ich nicht tot dann land ich doch theoretisch im wasser oder war das nicht so ja absolut korrekt warte äh tauchen wir können ja jetzt tauchen bin ich übrigens sehr nice jetzt tauchen können voller geldbeutel oh oh das ist für ein fisch hier komm mal her komm mal ran da was ist denn ran da denn sie will ja fragten die alten drömer das hier ne schuppe nice und was haben wir da irgendein konfekt was ja ok nenn mich mal so an ne gelle wie ein junger gott hüppig da aus dem wasser das ist ja unglaublich so jetzt sind wir hier wieder bei der tollen Statue und ja was ist denn jetzt eigentlich unser ziel ich hab einfach mal die schlange gekillt weil sie da war bist du ja die war halt da jetzt reisen wir nochmal irgendwo hin kommt er ja nirgendwo hin doch zum verließ komm dann gehen wir da nochmal hin und gucken mal ob wir irgendwie in die Burg kommen wenn nicht verkacke ich halt diese Folge aber das macht ja nix denn wir morgen noch eine Folge nice übrigens Leute wenn euch das Video gefällt lasst doch gerne ein Like und ein Abo da schreibt gerne was in die Kommentarbox das würde mich sehr freuen da geht mir das Herzilein auf und ja gucken töten jetzt brauch ich keine News mehr gib mir den Staff Eisenschrot Zack ja wo kommt denn der Rode Schino wo ist er denn da kommt er doch hallo da bist du eigentlich stark oh ich hab immer noch die andere Fähigkeit da drin warte mach ich muss mal kurz die Kampfkunst austauschen ja wer will Wind ne ja wer will Wind ne ei 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 meine Haltung das ist ja hart im Arsch sein du bist tot bisschen Kohle gab's das war ganz nett so was denn jetzt hier Sache wie sie sind im Graben stehen was für Graben denn was für ein Graben wie kann ja auch hoch kann ich ja auch hochgehen hab ich wohl vergessen doch nicht hö 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 kann ja doch nicht hochgehen doof voll doof Irgendwas verpasst Manche irgendwo hin Da kommt man ja nicht hoch Jetzt bin ich wieder ein junger Kann man hier tauchen Ist das hier die Lösung Man konnte ja Ich weiß, konnten wir tauchen am Anfang Ja, ne Ja Hier, kende deinen Platz Ja, gib mir deine Schuppe Die nehme ich Kann unendlich lang tauchen Ist das richtig? Gott, hier war ich noch nie Bin ich denn jetzt? Irgendwo was Sieht mich hier Da sind rote Shinobis Guckt euch an Eine Schlangenfigur Schuck dir den Wichser Dass er mir hilft Warte Erstmal trinken Weil mir geht es gesundheitlich Nicht so gut Ey Bruder Machen wir nichts Gebt mir all euer Geld Ja, da vorne kann man doch speichern Das war doch mein Ziel Das ich hier speichern kann Yes Da ist die Figur verseucht Rostig einfach Ich weiß nicht, was Sache ist Was sind das denn für Shinobis? Die sind ja alle tot hier Öl Eindringlinge Und wo? Ja, du bist tot wahrscheinlich Okay Okay Alter, da ist ja noch einer Nein Da ist ja noch einer Oh, da hab ich nicht aufgepasst Aber wir machen mal wieder Belebung Weil wir das können Muss mal kurz regenerieren Mach mal nicht hier Mach mal nicht Mittlerweile habe ich so einen kleinen Flow drin Von Blocken her Zumindest bei manchen Gegnern Nicht bei allen Aber bei manchen Ah, da bin ich schon Routurier, laute Geräusche Nein, da ist ein Urkern Warum ist der da drin? Boys Hier ist jetzt alles voll mit Roden Ist das richtig? Oder ist das? Oder wo sind die Dachdudes? Was ist denn hier? Was ist hier los? Aber doch, irgendwas ist hier Ist aber kein Dachdud So eine Ratte? Oh Ah Warte mal Ich muss ja mal kurz austauseln Ich brauche mal die geile Axt Glaube ich Äh Hab ich schon keine bessere Axt gehabt Nee, anscheinend nicht Ist aber der sehr enttäuscht Wir haben ja gar kein Leben Oh, scheiße Alter, der hat mich gekillt Der war schmerzhaft Der war schmerzhaft Freunde Komm, jetzt zieh dich mal wieder hier hoch Kleiner Wolf Geh mal in irgendein Gebäude Wo ich hin kann Du bist tot? Oder Moven wir mal kurz weg So Nein Der hat mich Wie viel Schaden Das macht ja unglaublich viel Schaden Halt zum Augen Nur der Tod Oh nein, das wollte ich doch gar nicht Komm Komm, hilf mir mal Oh Bin da runtergefallen Bin sehr unwürdig Was ein Shinobi angeht Muss ich gerade mal feststellen Vielleicht kann man Mate mir da helfen Und hoch wieder Ja Ja, ihr macht das da Das habe ich mir schon gedacht Das habe ich mir schon gedacht Ja, das sind wirklich Giftgeräusche Ich bin doch hoch aufs Dach Wieso komme ich da nicht hin? Nein Doch, da komme ich hin Ja Ja Ah, fast Ich bin da hoch Leute Leute Wo komme ich denn denn hoch? Eideschlag Achso, da geht es in den Abgrund Verstehe Das verstehe ich Natürlich Ähm Jo Ne Guck mal hier runter Guck mal hier runter Guck mal hier runter Komm Warte, ich muss mal kurz die grüne Flasche ausrüsten Guck mal hier drücken Guck mal hier drücken Guck mal hier drücken Da Guck mal hier drücken Ich bin tot. Nee, ich bin noch nicht tot. Aber fast. Oh, der kam hier runter, um mich zu töten. Oh mein Gott. Jetzt bin ich tot. Ich bin tot. Nein. Drama. Ja, bla bla. Die Leute haben hier die Küste erreicht. Vielleicht brauche ich mehr Kürmisse. Schwarzhut. Nein, der kleine Gnom ist krank. Ach, was interessiert mich denn? Interessiert mich doch gar nicht, ob du krank bist. Äh, krank. Darf ich schon. Egal. Wir gehen einfach mal hoch und erfreuen uns unseres Lebens. Den überrennen wir einfach mal da. Okay. Und erinnert mich. Ja du Sack du Gib mir das Geld Ja Da sind aber ganz schön viele von denen unterwegs Richtig viele Sind das hier die anderen Ja das sind die anderen Ich weiß grad nur nicht wo das Fenster war da oben Alter wie viele das sind Hier mach mal nicht Komm Heilung Heilung Da du bist tot Hab ich gehört Waaaah Waaaah Oh, jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Hey. Ah, ich bin tot. Und jetzt? Oh. Leute. Leute, warte. Ah. Warte, ich habe es gleich. Ah. Nein. Das wollte ich doch gar nicht. Uh. Okay. Okay. Wohin? Muss ich jetzt eine Entscheidung machen? Alle wollen so ein Sterblichkeit. Ah! Nicht Aussicht. Okay. Akzeptiere ich so? Ich würde mich gerne heile. Wo ist denn das Fenster? Ich will das Fenster. Was auf der Seite? Da. Irgendwo hier leuchtet es. Ah! Findet das Fenster noch? Hat gerade geleuchtet. Ah! Da ist es! Ah! Speichern! Speichern! Nice! Rasten. Erstmal rasten. Und dann ist hier Schluss. Leute wie gesagt, wenn euch das Video gefällt, lasst euch gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit Sekiro. Mit einer wichtigen Entscheidung, wie mir scheint und ahnt und Magic. Bis dahin, bis morgen, 14 Uhr. Macht's gut, euer Körneri. Der Psikonfaktor. Rastτά. Und dann, bis morgen. Untertitelung des ZDF, 2020